Hallo, willkommen zurück zu Titte. Hi, Titte. Warte, wir sind im Badezimmerspiegel. Kann ich besser Hallo sagen? Das ist mein Lieblingstee. Achso, wir sind zurück nach, keine Ahnung, Johnny war eine Woche weg, deswegen haben wir kurz nicht aufgenommen. Wir haben einige Leute unterwegs verloren, wir sind zu siebter, das ist okay. Es wird wie in den alten Zeiten. Ja, die alten Zeiten. Und die Mario-Sachen wurden gelöscht, aber irgendwie es war Luigi Novo. Ne, es wurden nur zwei Sachen gelöscht irgendwie. Es gab dieses Gmod, diese Sache, dass Nintendo-Zeug gelöscht wurde und sowas, aber... Er hat uns kaum betroffen. Und es ist eine super coole neue Map, die wir nicht kennen. Also ob sie cool ist, stellt sich noch raus, aber... Achja, wir müssen jetzt im Spiel reden, ne? Sieht ganz nett aus. So ein bisschen im Spiel reden, ist aber ganz nett. Was will ich denn kaufen? Wer ist gerade irgendwo runtergefallen? Willst du eine Traitor-Waffet-Zombie? Ja. Was hast du gekriegt? Messer. Hm. Naja, könnte besser sein als ein Messer. Gab sie gerade ein Geschenk? Ja. Ja, eine Traitor-Waffe für mich. Ah, die Geschenke sind leider schon aus. Wir sehen uns nächste Weihnacht wieder. Weihnachten? Naja, geht's aber auch dabei. Der Einzige, den ich nicht gehört habe... Der Prop-Exploder im Einsatz. Es gibt nur einen Spieler, der davon weiß. Welcher Spieler weiß von was? Die... 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 Hör auf! Hallo? Bist du dumm? Wir mussten uns verteidigen, what the fuck? Es gibt nur... Der Maeve ist der Einzige, der weiß, wie der Prop-Exploder funktioniert. Er hat einfach auf mich geschossen. Er war doch... Er war doch der Detective. Ja, aber er hat einfach auf mich geschossen. Er hat mir das gegeben, er hat gefragt, ob ich eine Traitor-Waffe will. Was ein Schuss, Johnny. Holy! Ich hab gar nichts gemacht, die Runde. Ich will jetzt nichts sagen, aber... Maeve, es tut mir leid. Als ich den Prop-Exploder im Einsatz gesehen habe, wusste ich, dass es nur einen Spieler gibt, der dazu in der Lage wäre. War es wirklich ein Prop-Exploder? Ja. Ja, du genommen. Dann schießt er auf den falschen Traitor. Also, ich hab die Runde nichts gemacht. Johnny hat einfach gecarried runter als... Nee, ich hab auch nichts gemacht. Der Urlaub hat ihn gut getan. Ich hab nur Maeve umgebracht. Nein, du hast Maeve und Fully gleichzeitig erschossen. Ja, das stimmt. War ne lange Woche. Wer hat denn Riker mich getötet mit dem Prop-Exploder? Das war neben einfach ein Stuhl. Wir waren halt ein Arm-Ohr und so. Maeve, ich bin Detektiv. Ich glaub, das ist gar kein Prop-Exploder. Aua! Ich bin einfach noch ein E-Genau. Fully kriegt schon wieder direkt einen mit. Ich hab nicht mal was gemacht. Hä? Was? Nein, nein, nein. Irgendjemand schießt. Das war ja ungünstig. Wo ist denn... Ah, der ist doch fucking Hecke. Eine Heckenschütze. Aua. Ist er tot? Ja. Ach ja. Schau mal, schau mal, schau mal. Okay, die Hecke, das merke ich mir. Da werden also gemeine Spieler drin sein. Zombie ist tot. Das dürfen wir nicht vergessen. Ich bin grad die ganze Zeit so verwirrt, dass ich nicht gebutet bin oder so, weil... der Blocker da. Als ich irgendwie gesagt hab, er ist Heckschütze oder so, hat der gesagt, ja. Deswegen hab ich gedacht, dass er mich gehört hat, es war komisch. Immer noch alles. Oder? Nimm meine Tool in die Hand. Kann nichts passieren. Hallo, hallo, warum schießt auf mich? Hä? Hä? Was ist denn das für... Woher wusstest du, dass er der Blocker war? Was ist denn jetzt los? Das war ganz einfach, weil Johnny und Mocky einfach nur Müll gemacht haben die ganze Zeit. Nein! Au! Aber warum hast du mich erschossen? Wir haben schon ziemlich Müll gemacht. Ich dachte die ganze Zeit, du wärst Traitor, Maeve. Ich hab dich nur erschossen, weil du neben Mocky standst und es sah so aus, als du dir einen Headshot gegeben hast. Aber es war dein Zombie, der im Gebüsch... Es war der Heckenschütze. Der Heckenschütze. Der Heckenschütze. Der schon wieder eine Art Klitsch gefunden hat. Ja, im WTF, wenn da so eine Hacke ist, das war... Das ist halt mega OP, die Scheiße. Ja. Der Heckenschütze. Ich muss mich erstmal auf der Bücken zur Sauna schauen. Einfach nicht zu dir. Obwohl du hier in der Sauna? Du ordentlich ein chillen. Ein bisschen chillen, das wär's doch. Oh, Herr. Das musst du dir mal vorstellen. Weißt du, was er die Runde gewonnen hat? Der Stuhl. Naja. Der Stuhl war wirklich der Grund. Weil, ey, du wollte dich umbringen. Was macht das Schädel? Deutet dich der Stuhl umbringen, Hockey? Setzt euch doch, setzt euch doch. Das ist ja ultra die chillige Ecke. Da schießt jemand. Boah, erst mal was. Ich hab geschossen. Die Topfpflanze. Die Topfpflanze hat geschossen, Ricky. Die Topfpflanze? Mhm. Warum ist hier Wasser drin? Prost, mein Freund. Maeve? Ja? Könntest du bitte runtergehen? Warte, warte, bleib das durch. Ich steh mich auch nach oben drauf. Okay. Wie? Maeve. Oh, warte, bist du von der Ober auf mich runtergesprungen? Ich bin von dem Balkon hier. Warte. Okay, perfekt. Okay, jetzt kannst du rumlaufen. Das ist klar wie ein Teil passiert, wo man das Tote macht. Lass du nicht reingehen. Du musst draußen. Oh, da ist mir schon drin gefallen. Naja. Warum kann man so mitlaufen? Guck mal da rüber. Ah, der Fulli-Detektor. Radar geht schon wieder los bei mir. Also, wir sind uns einig, dass Hockey es ist, oder? Hockey und Fulli, ja. Vorhin, als ich auf den Stuhl war, meinte ich, Hockey, ich soll mich hinsetzen. Und dann hat der irgendjemand geschossen. Ich habe sicher nicht. Ja, das war eigentlich auch. Oh, da ist der Missing Tax. Das ist der Raum. Wo ist der Hockey? Ich bin schon zu schieben. Das ist ein Kino. Dann ist der Texture Raum. Oh, guck dir mal den Sessel an. Boah, was? Boah, das sind Sessel, die ich mich bequem. Insofern vielleicht war ich da. Wenn du da... Ich treff nix. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Oh, aber hier drin ist gefährlich. Okay. Das ist ein guter Film. Erstmal aufs Klo nach dem Schreck. Was höre ich da gerade? Kam das aus dem Klo, Zombie? Ist besetzt. Bitte nicht stören. Nee, ist tatsächlich vor meiner Toilette explodiert und ist echt tot. Du hattest immer die Schüssel gesprengt. Ich hab nicht immer was gesehen. Ich war zu klein. Als ob ich nur wieder wusste, dass Fully es ist. Ey, das ist unglaublich. Ey, komm, ich hab mir auch schon gedacht, dass Fully es ist. Deswegen bin ich wieder weggegangen und hab nicht nachgeguckt. Weil Fully hat immer so geguckt, wo alle sind die ganze Zeit. Ja, Fully verhält sich immer voll anders, wenn der Traitor ist. Das ist überhaupt nicht wahr. Du bist echt ein schlechter Lügner, Fully. Da sind wir uns alle einig. Du bist ruhig. Wirklich, Hockey so. Bitte, bitte, in der Augen geht es. Ich bin kein Traitor, ich bin es ganz sicher nicht. In-Game-Chat, bitte. Da hat er recht. In-Game-Chat, bitte. In-Game-Chat, bitte. Das war ein Guardian. Was uhst du? Ich hab eben, als ich unsichtbar war... Riki! Also, als er sich tot war... Riki, pass auf. Okay, ich pass auf. Ich bin jetzt dein Guardian und wenn du Schaden nimmst, dann nehm ich Schaden. Ja. Ihr könnt Maeve umbringen, ja. Wo ist Maeve? Warum? Wir können... Warum ist Maeve zum Abschluss freigegeben? Ich hatte so'n Hansch. Ich hab gehört, dass jemand gestorben ist. Okay. Tschüss. Okay. Hallo. Bitte nicht mit Maeve. Nein! Komm, wir haben Zombie. Nein, warte, Zombie. Warte, warte, warte. Einen Moment noch. Hab Maeve gekillt. Nein, äh, aber Riki. Ja, okay. Riki. Was schießt denn da auf? Ach, ich schieß auf Riki. Riki, hör auf. Ich nehm den Schaden. Riki. 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 Riki, diesen Teleporter benutzt nur du. Du hast dich quasi selbst umsucht. Oh, wirklich? Ja, der bin ich genommen, ne. Du hast mich noch erschossen, Riki. Du hast mich noch erschossen. Kann mir einer diesen letzten Tod erklären? Meine Vision war einfach nur so nervig. Moment. Ich hab Riki erschossen. Ich wollte mich nicht zusammenarbeiten. Danke, Hoki. Oh ja, ich erschieß den jetzt. Safe. Ich erschieße dich jetzt immer. Ich hab nur mit Mogi noch nicht gerechnet, dass der auch noch um die Ecke kommt. Ja, ich war einfach die ganze Zeit da. Ganz oben im Dachboden ist übrigens noch ein geheimer Raum. Da hab ich ihn gesehen als Spektäter. Warte, ist das Johnny bei Family Guy? Ich weiß nicht, ob er hochkommt. Ich weiß nicht, ob er hochkommt. Äh, Luke Skywalker. Das ist doch Johnny bei Family Guy. Das ist der andere Johnny. Mushroom auf dem T-Shirt. Ja, ja, genau. Ich dachte, es wäre eine Brille. Das sind ja wirklich ich. Wer hat das gemacht? Ja. Das ist ein bisschen Johnny-lastige Sprays hier gerade. Was ist der Hölle? Es gibt nur Johnny-Sprays. Ich hab ein Spray scheinbar. Naja. Wo sag ich der Dachboden, Riki? Führe mich hin. Wie sieht die aus? Weiblich. Ja, wo gehen wir mal hoch, oder? Kann ich nur einmal, oder? Wie viel Prozent Kleidung, Riki? Dürfen wir da hoch? Ja, klar. Du bist ein Schrägdach. Ich hab Schal... Ist der Pool heiß? Ja. Riki, jemand hat den Pool aufgeheizt. Warte mal, das ist eine Traitor-Falle. Das heißt, ein Traitor hat es aktiviert. Ach, Fuli ist es schon wieder, oder? Du wartest eine Traitor-Falle. Das heißt, ein Traitor hat es aktiviert. Da vorne drinnen. Da, 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 an dem Dach. Wie da unten drunter. Ach, da nur den kleinen Bereich. In dem Dach drinnen. Da ist was, oder? Das ist... Hier sind ein paar Filialen auf einem Haufen. Aber ich weiß nicht, wie man da reinkommt. Hey, das ist ja Johnny bei Family Guy. Ah. Was ist denn jetzt? Hm. Naja. Weiß auch nicht, was sonst hätte passieren sollen. War es, Fuli, aber... Nee, war er nicht. Ähm... Und Zombies oben, sehr schön. Wahrscheinlich ist er in der zweite Traitor. Wie schreibt man im Chat in diesem Spiel, Epsilon? Riki war... Trigger-happy. Ich glaube, wir haben ein paar Räume rein. Oh, ich sehe sie jetzt auch im Dach. Hallo? Steht am Herd. Wie, wie komme ich zu euch? Ihr seid im Haus. Ja, ich, ich bin auch beim Haus. Tatsächlich. Die Welt ist das Haus. Du bist auf dem Haus. Ich bin auf dem Haus. Ist das okay? Oh, das wird spannend. Oh. Hast du auch einen Weg hochgefunden? Nee, du Ehrenmann, was? Wie krass. Let's go. Wo gab es denn auf der Rückseite den Weg hoch? Ich habe einen Jetpick gekauft. Warum hast du mich... Oh, let's go, babe. Weißt du, Hockey schießt auf uns wie ein Wahnsinniger und du schießt auf uns. Riki hat auf jeden Fall den Traitern ziemlich geholfen damit. Ich habe noch nicht geschossen. Nee, ich habe zuerst geschossen. Dann war es Juni, oder? Aber auf jeden Fall ist es irgendwie ein Keller, gibt es noch und da oben gibt es eine Frau im Dach. Also da würde ich gerne mal hingehen. Eine Frau? Die habe ich gesehen, die steht da im Herd. Ich bin hier. Ich habe nur auf Hockey geschossen. Hübsch, die Frau? Ich habe kurzum, ob ich die Krupa nehme und mich traue, es vor mir runterzuschubsen. Aber ich hatte dann so viel Angst. Boah, das ist ja stark. Ich habe das Gefühl gehabt, der riecht. Ich habe doch bestimmt... Oh, okay. Zomber ist es übrigens... Jetzt, wer auch mal auf mich schießt. Oh. Böse Ratte. Werfen müssen... Warte, warum hat er dann auf die Leute geschossen? Er hat nicht auf die Leute geschossen? Auf wen hat er geschossen und warum? Man kann einfach hochklettern. Was macht Ricky? Naja. Läuft gut, Ricky? Läuft gut? Ja? Gut? Was passiert? Naja. Vielleicht hätte es so schauen sollen, wo du hinzielst, aber... Fully hat sich entmutet übrigens. Maeve, kannst du ihn importen? Ja. Achso, deswegen hat er sich entmutet. Das war ein langer Tag heute. Das ist überhaupt kein langer Tag. Es ist 14 Uhr. Du musst dafür sorgen... Ach, Ricky macht wieder irgendeine Roleplaying-Nummer. Wir wissen alle, dass wir vor deinem Schwert haben. Du hast Menschen... Ach, das... ...sehen, wie Menschen gestorben. Uh, okay. Und... ...das ist nicht einfach... Noch ein bisschen in der Wand, Ricky. Und The Man in Mirror sagt dir... ...du auf jeden Fall... Nicht schockt. Wie lange wird er das durchziehen? Johnny hat einfach Maeve getötet. Hallo, Zombie. Ach so. Ich mach mal einen Pep-Talk im Spiegel. Ah. Ich stehe. Ich lebe noch. Ich bin gerade im Badezimmer. Oh, er nimmt die andere Tür! Er nimmt die andere Tür! Ah, warte, sie sind beide innocent. Also, Polly hat auf mich geschossen, aber ich habe ihn nicht mehr gefunden. So, ne, ich bin, äh, ich bin Detective. Ich weiß. Polly ist unten gerade. Polly kommt da gerade unten die Treppe hoch. Nein. Polly wird das nicht machen. Ah! Ich war mir so sicher, dass, äh, Zombie auf Leute geschossen hat. Er hat auf mich geschossen. Ich hörte, wie er jemanden im Bad eiskalt umgebracht hat. Oh, und ich stand da auf dem Dach und ich habe gesehen, wie du da auf Leute schießt. Sag mal... Von mir wusstest du, dass da, wusstest du, dass da eine Doortrap dran ist an der Eintür? Weil du bist genau nicht reingegangen, sondern rumgegangen. Das dachte ich auch. Wo? Ich dachte mir so, hä? Bei dem Badezimmer von Ricky, du kommst so rein und Ricky hat dann erst gecheckt, dass es einen zweiten Eingang gibt. Ja, das ist echt gut. Und dann ist Ricky auch erst rausgegangen, als er gesehen hat, es gibt einen Ausweg. Ich wusste, ich dachte, ich bin so wirklich gefangen, bin ich weiter drinnen, drinnen. Das ist ein kleiner Raum mit zwei Türen. Woran ist Fully überhaupt gestorben? Äh, Boomerang. Nein, 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 nein. Ich fand's gemein. Der Boomerang, ich glaube, Hockey will mich umbringen. Ich glaube auch, das sieht er mir einfach aus. Der Boomerang hat auch mich selber in den Untergang. Wie ist der Gamer-Raum? Schön. Schön. Fällt mir. Was war denn das jetzt, Hockey? Ja. Was denn? Ich war einfach nervös. Hihihi. Ich bin aber schüchtern. Hihihi. Wort mit E sagt, darfst du ihn ja schießen. Tötest du mich? Nö. Nee. Du mich? Nein. Gibt's ein paar interessante Kartons. Scheiße. Ein Trockner zum Beispiel. Die drauf. Eine Waschmaschine. So, wie kommen wir jetzt in die geheimen Räume? Die kümmern sich schon um alles. Ey, wir sind gerade in einem geheimen Raum. Ja, ja, sind wir. Boah, wenn du das sehen könntest. Boah, ne Waschmaschine. Ist das hier so cool? Und ein Trockner. Mir fällt einfach... Ich fall vom Glauben ab. Wo ist ein Trockner? Das ist unser geheimer Raum. Was macht ihr hier? Unser geheimer Raum. Er hat denn Samsung Galaxy, da hat das den Trait ab. Ich weiß nicht, warum er das in der Hand hatte, als er hier reingekommen ist. Aber ich mag's, ja. Er ist so reingekommen, hat sich umgedreht. Keiner geredet. Dann erschießt du ihn. Ich glaube, er wollte sein Handy scharf machen, hat er gesehen, dass wir hier drin sind und dachte sich, oh ja, dann steck ich jetzt mal besser weg. Ja, anscheinend. Na ja. Dann stellen wir jetzt einfach hier, oder? Aber man muss sagen, das hat den Raum schon ein bisschen spannender gemacht. Ja, auf jeden Fall. Siehst du das? Sie haben einen Trockner und Waschmaschinen. Es gibt alles. Ja. Alles hier. Kein Spaß, Mel. Mach das kap... Oh, das war Ricky. Können wir das Handy aufheben? Joa. Aber ich leg's mal lieber weg. Oh ja? Johnny, hast du was an die... Was zum... Was zum... Ich hab mich selbst so gejumpscared gerade. Was ist passiert? Wer hat eigentlich die Tür zugemacht mit dem Doorbuster? Ich? Ich bin reingeportet. Ich bin reingeportet. Okay. Wie hast du dich reingeportet? Mit dem Traitor-Raum. Aber wie anlag die? Ja, das war kein guter Raum, um sich spontan reinzumachen, Johnny. Ich hatte keine Ahnung, dass ihr da seid. Drei Leute bleiben auf. Was war das denn? Ich wusste nicht, war das... Das... Das ich mich... Werdet? Das müsst ihr euch angucken. Ich bin reingegangen, hab die... Ab links liegt gemacht mit dem Handy. Das hat nicht funktioniert. Entweder muss man die Kunde warten oder so. Er ist einfach nur scheiße. Hallo? Was mach ich? Äh... Ihr mit? Mit? Oh. Entschuldige hier mal ein bisschen rum. Also, Maeve. Ich hoffe, das nimmst du dich zu persönlich. Aber ich meine... Was hätte ich machen sollen, wenn du auf einmal mit dem Samsung Galaxy in der Hand dastehst? Nee, nee. Ich mach dir gar keine Vorwürfe. Ich mach dem Handy die Vorwürfe. Aber... Das kennt das Handy schon. Ist halt ein Samsung Galaxy S2, Maeve. Ich seh aber keinen Eingang. Ach. Ich wusste es. Ich wusste auch, dass wenn wir da stehen, dass direkt... Ach, Fully ist es. Was? Wieso? Weiß nicht. Bist du Trainer? Nö. Jetzt würde ich ja sehen, wo einer ist, oder? Morgi, wer ist es? Der Füller. Fully. Ich glaube, ich... Ich glaube, ich gehe einfach auf Fully, sobald ich ihn sehe. Warum nicht, Fully? Du bist schwer verletzt. Warum? Wo ist er denn? Weil, äh, jemand... Maeve und ich standen in der Mitte. Jemand hat die Traitor-Falle aktiviert. Dann, äh, kam Fully vorbei und... Hat er erschossen. Zombie ist sein Kollege, also. Ach, ja. Äh, ja. Oh Gott. Ohne Shotgun. Ich kann mit dir nicht umgehen. Bist du Traitor, oder? Nee. Ja, schieß mich, komm. Ich habe das Thema nicht getroffen. Jetzt ist ja... Jetzt ist alles vorbei. Jetzt ist vorbei. Ich probiere jetzt trotzdem weiter. Aua. Das ist ja nicht Kampfgeist. Das ist Einsatz. Oh mein Gott. Wie enttäuscht Zombie war er. Oh, ich habe jetzt acht von dem geschossen. An dem... Ja, er hat aber auf dem Punkt habe ich gar keinen Fall. Da habe ich keinen Sieg mehr verdient. Fully, von wem wurdest du erwischt? Von mir? Ich habe keine Ahnung, wo Traitor rum sein soll. Ich hatte eher alle schon alle verdächtig aussehen. Nee, nee, ich wollte nur wissen, wer tatsächlich den letzten Schuss auf dich hatte. Ich? Okay. Nochmal. Ja. Nochmal. Ich war nicht schwer, die Shotgun haben, Fully. Oh ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann wieder nichts machen, ohne dass ich verdächtigt werde. Ja. Warum sagst du sowas, Fully? Maeve ist so safe, der schon ein Shotgun. Ich hatte diese Detektrolle, mit der man... Ich habe jedes Mal jede Runde besser als Traitor verdächtigt worden. Ja. Ich spüre 400% Maeve Traitor Energie. Oh scheiße, ich komme hier nicht raus. Ich bin in der Sackgasse mit Maeve. Nein. Sackgasse mit Maeve wo? Wo ist denn der Traitor? Hier? Ich weiß es nicht. Ich war Traitor und habe ihn nicht gefunden. Ja, ich bin nicht Traitor und habe ihn auch noch nicht gefunden. Aber wenn du Traitor wärst, wirst du ihn dann finden Maeve? Ne, wahrscheinlich auch nicht. Äh, man kann hier die Wand hoch. Mogi, kommst du hier hoch? Äh, man kann auch woanders die Wand hoch. Aber hier auch. Ja, schön hier, oder im Busch? Ja. Wo ist denn jetzt... Äh, Hockey, man sieht dich übrigens richtig heftig in dem Busch, wegen dem Symbol überm Kopf. Sind wir alle... Innocent? Oder sind wir... Oh, das ist einer von euch. Oh, ne, ich denke... Der Club der Innocence, oder? Die Club der Innocence. Das gefällt mir gar nicht. Ah, Fully! War Fully's? Weil ich kann... Ja, Fully war's. Ah, Idiot. Oh, Fully war's welcher, okay. Ich hab nichts gesehen, keine Sorge. Ich geh. Ich weiß gar nicht, ob wir... Ah, den Random Shop hatten wir schon beim letzten Mal wieder. Hat jemand von euch Fully gesehen? Fully, hallo? Ich mach mir Sorgen um sein Wohlergehen. Wie könnte es ihm wohl ergehen? Wie könnte es ihm wohl ergehen? Die? Hä? Morgi, was hast du mit Hockey gemacht? Der... Der ist gebraten. Die Tür geht nicht mehr auf. Ich weiß nicht ganz, was ich machen sollte. Was suchst du eigentlich, Maeve? Ich suche Mogi. Oder such ich dich? Nee, nee, ich glaub ich suche Mogi. Meinst du, meinst du? Ist der immer noch da unten zu machen? Shit, 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 shit. Oh mein Gott, Mogi! Hä? Oh mein Gott! Ich dachte, die kann man auch mit so'n Zünder werfen. Ach so. Ich dachte, die kann man auch mit so'n Zünder werfen. Ich dachte, ich kann nicht im Haus das gedrückt lassen und geht der Balken voll. Und dann, wenn der fast voll ist, werf ich sie raus. Ich dachte gerade... Ich geh unten vom Kino und hör nur Halleluja und sieh wie Mogi rausrät. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich wollte die ein bisschen aufladen, bevor ich sie werfe und er wirft sie einfach gegen die Tür. Ja, ich dachte, du hast verwechselt zu werfen und Tür aufmachen, in welcher Reihenfolge du's machen wolltest. Du hattest aber einen Plan, oder? Ich, äh... Ich, äh... Ich hatte... Ich weiß nicht. Es war noch Maeve und Zombie am Leben. Was soll mein Plan sein vorliegen? Außer mich verstecken. Er hatte echt nicht mehr so'n viele, äh... Da bleiben nicht mehr viel übrig. Alter, ich bin schon wieder Detective. Höh, ich bin jetzt drei Minuten in deinem Detective. Was ging hier ab? Das ist halt eine gute Sache. Bist halt ein guter Mann. So, 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 Maeve. La, wir sind hier. Hm. Warum hast du denn den Höcker hier reingebauten? Wollen wir ein Tischspiel spielen? Äh, ja. Wir sind alle gerade so'n hier. Das Einzige, was wir brauchen, ist die linke Hand und ein Messer. Wir spielen Hocker-Hüpf. Ich hab kein Messer. Und damit meine ich nicht Hockey. Jeder hat ein Messer zuhause, Mann. Ich hab' verstanden. Horst Jorgens. Seke zacke. Heu, heu. Boah. Geil. Hat den in die im Geschoss, achso. Ja. Er schießt, ob das Bild von dir. Das ist ein bisschen gemein. Not gonna lie. Entschuldigung, hallo? Es ist so, als ob man eine neue Fortnite-Season alleine anfängt. Und erwähnt, dass man nicht... Oh, jetzt geht die Diskussion los. Also, ihr könnt... Also, ihr könnt... Also, wir könnten ja gleich auch einfach... Also, ne? Ähm... Hallo, wer hat gesch... Reki hat mich fast erschossen. Reki hat geschossen. Wir 7 in der Runde Fortnite. Reki hat geschossen. Reki hat geschossen. Mach Gebrauch von deinem Traitor-Radar. Mach Gebrauch von deinem Traitor-Radar. Mach Gebrauch von deinem Traitor-Radar. Bei Reki, äh... Fällen. Mach Gebrauch von deinem Traitor-Instinkt. Banane. Ich hab's gesehen, aber ich ignorier's. Ich hab mich so gewundert, was du für gewollt. Aber ich brauch dir helfen. Was ist hier jetzt passiert? Reki ist tot. Mann, ich frag mich, wer das war. Hast du schon rausgefunden, Johnny? Äh... Keine Ahnung. Versuchen, weil du mich überscharged hast. Das hast du gemacht. Mit deinem, äh... Heiz? Heilgerät. Du hast über... äh... Rechtsklick gemacht wahrscheinlich dann. Das stand überscharged. Ah ja. Er war Traitor. Nein. Du bist ja ne Maschine, Mogi. So ein Arschloch. Mogi, weißt du was das Problem war? So ein Arschloch. Du hast reden einfach so schnell erschossen, Mogi. Was war das? Das Problem war, ich war die ganze Zeit low, weil ich hätte jederzeit explodieren können und den Tod reißen können. Ach, deswegen hattest du nie das Explosions-Logo neben dir. Ja. Ich hab mich so gewundert, was das für ein Logo ist bei Bait, aber ich wollte nichts sagen. Aber ich konnte sie ja nicht verklickern so nebenbei. Ich hatte kein Team, äh, Ricky. Ich war gegen Aleph. Außer gegen Maeve. Und der war ne Zeitbombe. Johnny? Ja? Was ist dein Lieblingsteil aus dem, äh, aus der Starfox Reihe? Wieso? Ich hab so viel Schaden genommen. Ich wusste nicht, dass der Pool vergiftet sein kann. Äh, ist glaube ich heißes Wasser. Komm hoch, Johnny, komm hoch. Mein Lieblingsteil von was? Mein Lieblingsteil von was? Komm hoch, die Ranken hoch. Äh, ist eh fast tot. Unten wirst du nicht lange überleben. Oh, hier kann man ja auch hoch einfach. Ja. Okay. Dein Lieblingsteil der Starfox Reihe. Ich könnte das gerade sehr bereuen, was ich hier mache, aber ich brauch das gerade. Äh, äh. Ich hätte das vielleicht dahinten gemacht, wo dich nicht jeder, äh, einfach anschießen kann, aber... Stimmt. Willst du vielleicht die Box ein bisschen fully... Ist, äh... Ich bin nicht... Können die nicht bewegen? Nee, die wissen vielleicht, dass wir da sind, also passt das schon. Oh, das wird jetzt nervig. Müssen wir aber gesehen haben, wer das war, oder? Oh Gott, Bean, komm rein, komm rein. Oder nicht? Nö. Was, 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 was? Wo? Er ist geschossen. Pass auf Bean, pass auf Bean. Scheiß es nicht. Hast du gerade Schatz gesagt? Ja, ein Schatz. Oh, Hockey war es, okay. Au! Bieder! Ich nehme mal ein bisschen was aus der Station, wenn das okay ist. Hallo. Oh, was ist gut bei dir? Du bist, du bist nicht böse? Nee, äh, Hockey war aber. Hockey hat die ganze Zeit bei mir gechillt. Hockey ist oben auf dem Dach tot. Hätte zumindest ein Detektiv erschossen. Hätte zumindest ein Detektiv erschossen. Mave liegt hier tot, er war innocent. Mave liegt hier tot, er war innocent. Mave, äh, Hockey ist oben blau ist. Ja, erzähl uns was Neues. Was ist da so? Guardian. Gart. 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 Achso, ja, wurden erschossen, weil jemand... Oh. Hören wir mal die Catgun von ihm mit. Ricky war es auch nicht. Tolle Katze. Doch, Ricky war es. Poli ist ja nicht mal viele Spiele übrig. Poli ist, äh, äh, unter dem Haus. Nein, 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 shit. Poli kommt noch raus. Beruhigt sich doch. Das Fenster ist leider. Ich glaube, man kann durch das Glas sich durchschießen. Ich habe eh keine Munition mehr. Ja. Siehst du ihn noch? Naja, aber ich glaube, er ist auf dem Klo. Poli, hast du Durchfall? Oh ja, da ist er. Ja, witzig, störe mich nicht. Ich bin in der Sauna. Ähm. Ach, da ist aber ein Klo auf der Sauna. Okay, ich kann dir keinen Kuss geben. Ich habe es versucht. Wolltest du den Kuss geben? Ja, ich wollte den Rennung Kuss geben. Komm schon, Poli. Die Runde gehört so gut wie dir. Wo ist dieser Zombie? Okay, komm. Cedric, lass uns das beenden, okay? Wo sind wir? Wo bist du? Bin ich überhaupt noch irgendwo da? Warum redet er die ganze Zeit? Will er gefunden werden? Wo bist du? Naja, gut. Wo bist du denn? Scheinen beide ein bisschen verwirrt zu sein. Alle sind 100 Meter weit weg? Hä? Wo hab ich da Türen? Nein. Ich wollte gerade sagen, ich denke, Poli wird sterben. Ich hab noch gesagt. Wo ist das? Wo ist das? Ich dachte wirklich, Poli wird im Haus. Ich war auf dem Dach oben. Aber ich liebste, dass Zombie noch ein Küsschen aufdrücken wollte vorher. Ja. Oh. Mir ist die Munition ausgegangen. Das ist der eine Grund, wieso er da vorhin überlebt hat. Oh, der hat sich doch mit Glück. Ich geb dir noch einen Kuss. Ja, warum hat das nicht geklappt? Das wäre richtig lustig gewesen. Ich will nachkuss, bevor ich dich ins Bett bringe. Ich hätte mich auch erschießen lassen dafür. Es war ihm wirklich wichtig. Ach, Horky. Du bist ein schlechter Guardian, weißt du das? Bisschen eng hier. Ich hatte einen Windschissen da. Ich wollte Johnny beschützen, indem ich ihn... Warum hängt da schon Blut an der Wand? Ja. Wie ist es gelaufen? Er hat mich erschossen. Was soll ich denn machen? Er hat mich erschossen. Ja, was ist das hier so eng? Ich wollte ihn beschützen. Ja. Ist das im Shop, oder? Nö. Oh, 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 okay. Das ist der Identitätsverstecker. Bleib mal stehen. Da ist der Bogus. Wer war das? Maeve läuft da? Maeve, warst du das? Nee. Maeve ist von der... Riki, bleib mal bitte stehen. Was hast du da? Identitäts... So, und dann mache ich... Was ist Riki? Rechtsklick? Jetzt bin ich Riki Mania. Was, was? Geil. Warte, warte, Riki, ich bin ich. Riki Mania ist gut, oder? Ich hab ihn gesehen. Warte, 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 warte. Ah, hier ist Riki Mania. Es wird zwei andere da sein. Ja, es wurde einer gespawnt, glaube ich. Ich bin das Brudel nicht. Es hat auch ein bisschen am Knöchel weh. Ah! Geil, so shit. Da ist es. Das kann echt nicht. Alter, das ist einfach ich. Bro, er sagt irgendwas für Vollstücke. Alt drücken. Das ist unsichtbar. Ja, naja. Hatte ich schon mal, dass ihr auch Waffen in der Hand nicht seht? Oh ja, das kenn ich ganz gut. Ach, jetzt seh ich sie. Ich dachte, ich hab mal verloren. Wer hat jetzt Johnny getötet von euch? Oh, ich weiß nicht. Äh. Da war ein zweiter Mogus. Ricky, komm mal her. Ja. Warum ist da ein Johnny Graffiti am Boden? Das weiß ich nicht. Okay. Oh, das ist doch ein Johnny. Oh, das ist einfach das gleiche Bild. Wollt ihr mal in meinen Imbiss vorbeischauen? Ja, klar. Hey, ich versteh nicht. Warum ist er Ricky Mania? Hey, was geht? Ich bin Ricky Mania. Du bist Ricky Mania. Ach, nein. Ich hätte keine Pommes. Nein, ey. Warum? Hallo? Oh, die wird so viel Karma verlieren. Ich dachte, er war ein Traitor mit einem Traitor. Oh, scheiße. Okay, ja. Jaaaa. Jetzt hab ich's auch verstanden. Ich dachte, er hat einen Faker gemacht als Traitor und Ricky war Detective. Ja, ich weiß. Hast du ein Defi? Warum bist du jetzt hier? Ich dachte, du bist tot. Nein. Er dachte nur, wenn der Defi war, weil der Detective war. Ach, hier waren wir wieder cool. Also krieg ich es noch, oder? Der Identitätsverstecker liegt hier am Boden, noch? Oh, versteck mich. Oh, versteck mich. Oh. Ich versteck mich. Ich versteck mich. Ich versteck mich. Ich versteck mich. Ah, hier, jetzt. Oh, ja. Warte, warte, warte. Ich hol' ich gerade eine Chance. Wir sind Tiro. Das sieht man leider nicht, wenn man... Oh ja, ich muss drüber gehen. Gleichzeitig das selbe. Okay, nee. Wir denken dasselbe. Ja. Also machen wir auch dasselbe. Okay. Ich denk bestimmt an Destiny Raids. Ich hab ne Winchester, die reicht mir. Oh, mein Gott. Oh 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 mein Gott. Ich dachte, wer jetzt gestorben hat. Welcher Rikimania der? Rikimania, oder? Rikimania, oder? Rikimania, oder? Rikimania, oder? Oha. Rikimania, oder? Mach mal besser, Maeve. Ich streng dich noch an. Ich hab nur noch vier Schuss. Nur noch Maeve und Hockey. Warte, warte. Warte, warte. Jetzt hab ich noch... Ne, ich hab keinen Schuss. Warte, ich muss nachladen. Und so hat Hockey doch noch Maeve besiegt. Oh Gott. Pullis Karma, weil er den Detective verschossen hat. Warte, warte. Ah, lustige Runde. Kann überhaupt der Detective seine Identität verschleiern? Das ergibt nicht was. Ja, was ist der Wind dahinter? Pulli, sag mal, wie viele Wünsche du machst. Das steht oben rechts. Was ist denn? Wie ist das? Er sagt es nicht, okay. Er will nicht. Letzte Runde. Schüchtern. Letzte Runde. Ach man, jetzt dauert es wieder vier Monate, bis wir spielen. Wurst Runde. Ah ja, stimmt. Wenn jemand mich killt, nimm dir die ganze Zeit über Schaden, was du so dumm ist. Lass mich doch hinten und das das Zombie. Lass mich doch nicht getötet, Maeve. Halt die Klappe dahinten. Aua. Bist du Maeve oder Zombie? Das ist... Kann ich dir mal was dazu sagen, dass ich mich einfach angeschossen habe? Was stellt dir davor ne Frage? Du ignorierst doch. Hör mal auf das Schrein, Volli. Das schrei mal nicht so rum. Maeve. Was ist denn? Maeve, hast du euch mitbekommen, wie Zombie, äh, Uber-Uriel gekillt hat? Er hat den letzten Schuss jetzt gegeben. Oh. Oh, er war? Okay. Er antwortet mal ne Frage, aber nicht. Oh mein Gott. Er rastet gerade aus der Schule. Er ist, glaube ich, ein bisschen sauer jetzt zu grunen. Ich glaube, er will noch nicht drüber reden. Äh. Sacrifice? Warum würdest du dich veropfern, nicht wieder zu beleben? Geh weg, bitte. Das macht Schaden, hör auf jetzt. Was? Das macht echt Schaden? Ja. Ich bin besonders, dass dieses Mocky einfach so füllen. Hör auf, mich hat es so gut. Hatte ich nicht ne andere Farbe als Ratte? Ich hab ne andere Farbe, es wird irgendwie nicht gespeichert. Ich bin angeboten. Oh mein Gott. Was war das? Hat Mocky sich wieder selbst umgebracht? Nein, aber das war, die Mind Turtle war zu nah an mir dran, wie es aussieht. Es war ja auch explodiert durch die... Ja, der Raum war nicht groß genug. Ich dachte... Der Raum war nicht groß genug, ich war nicht unmuted. Äh. Ich dachte, der Raum wäre groß genug, war aber nicht. Bonus-Runde. Ich kann überhaupt nicht einfach so töten, wenn ich Traitor bin. Ja, in dem Fall war es mir gegenüber ein bisschen uncool, weil ich in seinem Team war. Steht ihr? Ist diese Runde schon ein paar Mal passiert? Diese Runde bin ich kein Traitor. Dementsprechend, wenn ihr Fully einfach killen wollt, mir ist das herzlich... Weißt du was, Ricky? Ich sag's, wie es ist. Ich will die Sache nicht schönreden. Es ist mir schnurzpiep egal. Nein. Doch. Meinst du, den wird ja vielleicht jemand töten? Wollen wir Mave einfach so erschießen und dann weiß, wie es ist? Fully? Wir sind die Söldner. Sollen wir deinen Mörder töten? Ja. Ich hab dich. Es tut mir leid, ich hab nur Auftrag gegeben. Danke. Warum wird der von der Seite erschossen? Was ist das denn? Was? Ich hab's nicht mal gesehen. Fully, wo ist unsere Bezahlung? Wie soll das nicht? Da sind Bienen. Ich mach mal die Tür zu. Oh mein Gott. Hocky ist auch tot. Hocky ist auch gestorben. Das kriegt man also, wenn man ihm hilft. Hör auf, Hocky. Hör auf, Hocky. Wir können noch mal gucken. Wir gucken grad einen Kinofilm, Hocky. Wir gucken grad einen Kinofilm. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich dich beschütze als Guardian. Das kriegt man also dafür. Ich weiß nicht, was die Rolle macht der Guardian. Ich beschütze dich mit meinem Leben. Also wenn du stirbst. Was ist dann? Wenn ich stirbst, dann bist du glaub ich nicht mehr beschützt. Kann er mit dem Mitspieler sein Leben als Schild zur Verfügung stellen. Bekommt Schaden bei Schild. Was ist denn Biene noch draußen unterwegs? Dann rennen wir raus. Dann reden wir um den Besuch. Hocky. 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 Ich sage es mal so, Fully. Ich habe dir geholfen, ich habe Maeve gekillt und als Gegenleistung dafür, eine Sekunde später erschießt er mich. Hockey bist du gestorben? Zu meiner Verteidigung? Ich dachte kurz davor, weil ich dich nicht bezahlen kann, erschießt du mich. Warum hast du nicht mal versucht, mich zu bezahlen? Du wolltest die Situation eskalieren. Ich meine, ja, eigentlich schon. Super Bonusrunde. Warst du Super Bonus, okay. Warum, seit wann? Na jetzt halt. Maeve, Rocky kann die entscheiden, die Super Bonusrunde. Hast du gerade mich Rocky genannt? Das ist voll gut, ich habe Ricky gerade richtig unterbewusst dazu beeinflusst, Super Bonusrunde zu sagen. Er hat nur mich gehört. Nee, nur er hat mich gehört, so. Erzählst du es den Zuschauern oder mir gerade? Ich glaube, dich interessiert es nicht. Du standst bei mir in der Gegend rum und hast es erzählt. Ich dachte mir, redet er mit mir? Es war schon eher für die Zuschauer, aber... Okay. Alles gut, bist Maggie. Na, komm, Maeve. Na, Stuhlrunde. Hast du dir einen Stuhl rausgefuhlt? Stuhlrunde? Oh, ich bin noch drauf. Okay, jetzt nicht mehr, aber ich... War eine gute Stuhlrunde auf jeden Fall. Ich bin dein Auffasser. Ich tue nichts Verdächtiges, solange du nichts Verdächtiges tust. Oh, ich bin durchgefallen. Ich mache nichts Verdächtiges. Und vom Stuhl auch. Du bist seltsch. Oh mein Gott, Fully ist wieder Traitor. Oh, ich habe mich immer aufgestehen am besten. Mit welchem Kuchstab beginnt deine Rolle, Pully? Das war knapp. Ich wollte schon sagen. Du hast ganz schön lange überlegt. Oh, das ist ein Thomas, das ist gefährlich. Du weißt aber natürlich nicht, warum du den Traitor gerade erschossen hast, Pully, oder? Echt? Du weißt nicht gerade, warum du zufälligerweise den Traitor erschossen hast. Dachtest, so wird dich niemand verdächtigen, oder? Wenn du einen Traitor erschießt. Ja, weil ich... Du bist Traitor, oder? Und ich sage es euch, weil ich wirklich... Also, ich hätte längst was machen können hier. Traitor? Ja, das stimmt. Du bist jetzt... Ich glaube, er ist Traitor, oder? Bist du Traitor, Johnny? Ich glaube, er ist Traitor, oder? Bist du Traitor, Johnny? Bist er? Bist er? Oh mein Gott! Bist er? Ist er? Keine Ahnung, er kommt gleich wieder. Geht auf jeden Fall nicht nach vorne hin. Wo soll man nicht hingehen? Hallo! Ich mag es, dass Johnny einfach abgehauen ist. Ist ja noch oben, Johnny. Der kommt nicht wieder. Ja, da habe ich einfach keine Lust drauf. Johnny? Wo ist Zombie überhaupt hin in seinen Stuhl? Glaubt ihr, Zombie hat den ultimativen Stuhl gefunden? Der ultimative Stuhl, Wahnsinn. Ach, den hat jemand kaputt gemacht. Oh. Johnny? Johnny? Ich bin nur ein Autogramm, ich bin dein Fan. Ich schwöre, ich bin dein Fan, ich schwöre es. Ich schwöre, ich schwöre, Jonathan. Ich glaube, er ist tot, oder? Es ist als ob er tot ist. Woran soll er denn gestorben sein? Lass ich... Er hat runtergestorben oder so. Ey! Mogi? Er hat Fully gerade erschossen. Irgendjemand... Es war bestimmt der snipende Johnny. Ne, Johnny ist tot! Es ist Zombie! Oh mein Gott. Oh, hier liegt Johnny. Was? Als ob ich schon wieder nicht weit genug entfernt war dafür. Ich habe ihn gefunden. Wollen die mich verarschen? Nein, das kann nicht wahr sein. Als ob ich nicht weit genug war der Schädel diesmal entfernt. Das ist scheiße. Warum warst du denn kein Ebenfackel? Warum hast du... Mogi, warum dachtest du, ich lebe noch? Drecki hat mich doch vor allen umgebracht. Ja, allen. Hat der, das habe ich nicht gesehen. Ich war zu beschäftigt, Fully zu verdächtigen. Aber er hat den Zug auf mich geworfen neben euch. Ich wusste, ich dachte, der Zug hat jemand getroffen. Achso. Wieso bin ich eigentlich an Fallschaden gestorben und Mogi konnte einfach runterhüpfen? Weil wir in den Leben... Skill issue. Voll waren. Super, du warst eine Bonusrunde. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ja, 6 HP. Ach komm.